In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine große Vielfalt bei der Berufswahl. Das wurde am 22. Februar in der Stadthalle Parchim deutlich. Denn hier fand der alljährliche Berufsstaat der Tag statt, welcher nunmehr zum 18. Mal gemeinsam von der AOK und der VR-Bank ausgerichtet wurde. Die Besucher, die sich für eine Lehrstelle interessieren, haben die Möglichkeit, bei 57 Unternehmen, Einrichtungen, sich ein Bild über die Vielfalt in der Region zu bilden. Wie groß der Bedarf an Fachkräftenachwuchs ist, wurde durch die Rekordzahl von 57 ausstellenden Firmen und Einrichtungen deutlich. Im direkten Gespräch mit potenziellen Ausbildungsbetrieben konnten sich interessierte Besucher von der Lehre bis hin zum dualen Studium verschiedenste Möglichkeiten aufzeigen lassen, ihre Ziele zu erreichen. Die Stadthalle Parchim hielt dieses Jahr zum ersten Mal für den Berufsstaat der Tag her und erwies sich als idealer Veranstaltungsort. Drei Stunden lang standen die Ansprechpartner der Firmen Rede und Antwort. Und hat es sich gelohnt? Ja, ich finde es super. Also ich finde es ist besser als jemals. Also so viel waren sonst nie. Wir sind auch auf Ideensuche. Ja, weil es ist noch ein bisschen früh vom Alter her, aber wir wollen einfach mal gucken, was es überhaupt gibt für Berufe. Ja, sehr zufrieden. Ich gucke noch weiter rum, ob es hier noch AOK oder so habe ich gelesen. Ja, sehr zufrieden sogar. Ich suche für meinen Sohn, der ist 8. Klasse. Ja, es hat sich gelohnt. Ja, wir haben viel erfahren, weil ich so ein bisschen so Magenkmerzen wegen schlechteren Noten und so hatte. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Na gut, Mutter hat auch gesagt, jetzt geh mal hin. Und ja, hat es was gebracht. Ja, hat sich gelohnt. Also ist auf jeden Fall mehr, wie ich mir vorgestellt habe vorher. Ob Lehrstellensuchende oder Aussteller, profitieren konnten alle Anwesenden. Den größten Nutzen haben die sich darstellenden Firmen und natürlich schwerpunktmäßig, wie auch die Ausrichtung ist, die zukünftigen Berufsstarter. Die, die hier in der Region ihren zukünftigen Lebensmittelpunkt gestalten wollen und behalten wollen.